jo leute das ist wieder mal eins von meiner kurzen einkaufsvideo beim spar glocknitz so und ich habe ja heute mal nicht so viel gekauft dafür was neues was sie so nie gesehen habe zu meinen einkaufsvideo von spa 6 müsli riegel mit apfel geschmack habe ich mir gekauft so tic tac food mix gab das erste mal was dabei ist trichter das kennt sich alle mit der weile von die ganz zuschauer das kennt sie eigentlich auch diese joghurt becher was ich jetzt noch neu gekauft als in diese weihnachtskugeln eins gehört mir natürlich und eins kriegt da mein schatzi die sandra wurmbrand und seine lieblingsmilch von spa ebenfalls von glocknitz weil diesem günstigsten warum soll ich meine überteuerte milch kaufen und ich bedanke mich und bis zum nächsten mal ciao leute